Und jetzt ein Scherz. Raten Sie, was das ist. Was kann das sein? Das ist ein Zoom-Vorhang. So, ich habe auch dieses großes grünes Tuch, das sehr wenig Platz braucht. Ich schnappte er mich, um überall Verträge und Unterricht zu geben. Dieses ist der Grün-Zoom-Vorhang. Darauf kann ich beliebige Hintergründe zum Thema meines Unterrichts erstellen und überall unterrichten. Dann schnapp ich ihn. Vielen Dank.